Musik Ach nada wolltet ihr, nada. Ich habe einen Fehler gemacht. Zwei Jahre vorher. Mein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt, aber eine Sache weiß ich. Entweder ich mach richtig oder gar nicht. Und ich habe richtig gemacht. BHK Sekunden nach Abpfiff, das eine Menschentraube um Siegtorschütze Nader Eljindawi. Jeder wollte ein Selfie mit dem Mann, der auf Social Media die Massen auf seiner Seite hat. Teilweise eine Million Follower. Allein die Hälfte der Zuschauer war seinetwegen im Stadion. Eljindawi mit der Führung. Eljindawi mit der erneuten Führung. Dann dieser Zuckerpass auf. Sie ahnen es. Eljindawi mit dem Hattrick. Jindawi die Schuss zum Doppelpark. Kurz vor der Pause und er macht ihn. Saisontor Nummer 8 und 9 für Nader Jindawi. Jindawi. Schuss aus 23 Metern. Wie wichtig ist dieser Mann für den BHK? Das erste Tor als frisch gewordener Vater. 16 Tore zu Elfersis. Zu dem Zeitpunkt hatten mich einige Vereine auf dem Zettel. Vereine aus der 3. Liga und auch Vereine aus der 2. Liga. Was ich aber nicht wusste ist, wer mich noch auf dem Zettel hat. Ich habe bei Hertha BSC unterschrieben. Das war immer mein Kindheitstraum. In dem Moment ist mein Traum in Erfüllung gegangen und ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich hatte 1,6 Millionen Abonnenten und war einer der größten Influencer Deutschlands. Aber alles was ab jetzt kam, war in eine andere Dimension. Alle haben von diesem Transfer berichtet. Der Social Media Star spielt ab nächster Saison für Hertha Berlin. Hertha holt YouTube Star. Ein Influencer wechselt zu Hertha BSC. Weil er hätte doch safe in die 3. Liga gehen können, Bruder. Wechselhammer. Nada El Jindawi entscheidet sich gegen die 3. Liga und geht zu Hertha BSC. Dass er jetzt bei Hertha ist, ist schon brutal. Unglaublicher Wechsel. Wir werden Nada El Jindawi in der Bundesliga sehen. Zu 100%. Hertha BSC verpflichtet Social Media Star und Influencer Nada El Jindawi. Ich habe angefangen bei der 2. Mannschaft. Für mich war klar, ich will unbedingt zu den Profis. Eine Woche später war mein Trikot erhältlich. Ich habe die Nummer 37 bekommen. Ihr wisst, ich war öfter abgeschrieben. Öfter haben mir Ärzte schon gesagt, ich werde nie wieder Rücksfall spielen. Aber jetzt stehe ich hier mit einer realistischen Chance. Okay, die Chance ist klein, aber sie ist da. Ich habe einen Traum. Und mein Traum ist es, hier drin zu spielen, Leute. Und das wisst ihr. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Power. Ihr wisst Bescheid. Das krasse war, bei Trikot Release sind die Server abgestürzt. Die Leute kamen nicht mehr ans Trikot ran, weil die Nachfrage so hoch war. Ich hätte niemals gedacht, dass es so ein Ausmaß nimmt. Könnt ihr sehen, was da steht? Seite lahmgelegt. Die Jindawis haben die Seite lahmgelegt. Dann kam mein erstes Testspiel. Das Stadion war voll. Ich wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. Und als ich mich auf die Bank ges... Tschüss, Digga. Jetzt sind die Zuschauer auf dem Platz gestürmt. Ich verstehe nicht, was daran so verwerflich ist. Jetzt mal ehrlich, Digga. Bruder, hört doch mal zu. Also, Ronaldo hat Fans. Bruder, ich heiße mal Ronaldo. Thomas Müller hat Fans. Wenn du Thomas Müller draußen siehst, du willst ein Foto mit ihm haben. Oder es gibt Leute, die machen ein Foto mit ihm. Na, der Jindawi hat auch Fans. Wenn er... Er hat auch Fans. Wo ist jetzt der Unterschied? Nur weil er Fans noch hat von YouTube, dass man das so kategorisiert, Digga. Weißt du, was ich meine? Und warum hat ein Nadir Jindawi mehr Druck oder muss mehr zeigen als einer, der vom Fußball großkommt? Er hat doch sein Leben lang schon Fußball-Content gemacht, Digga. Er spielt länger Fußball als ich rappe, Digga. Wo ich meinen zweiten Rapsong gebracht habe, war er bei mir als Fußballer. Als Fußballer hat er gefreastet bei mir im Musikvideo, Bruder. Der Typ, sein Leben ist Fußball. Es gibt keinen, der mehr Fußballstar werden will als er. Weißt du, was ich meine? Ja, ne, okay. Seine Frau macht Blocks. Und jetzt von Cesar Durst und die Frau macht auch Blocks. Was weiß ich, von wie vielen Dings die Frau machen Blocks, Digga. Und jetzt? Stell dir mal vor, du bist ein kleiner Junge aus Wedding und du hast den Traum, Fußballer zu werden. Und du sagst zu deiner Mutter, Mama, eines Tages wirst du Menschen sehen, die ein Trikot anhaben, wo unser Name draufsteht. Das Problem ist halt nur, dass bei Hertha liegt das Problem, weil Hertha liegt gerade in der Kritik. Weißt du? Nader Jandawi hat Angriffsfläche, weil er in einer Mannschaft gegangen ist, die sowieso hardcore in der Kritik ist und jeder gerade Dings abgefuckt ist auf die Mannschaft oder die ganzen Fans, Digga. Und nur jemanden suchen zu beleidigen. Weißt du, was ich meine? Die suchen nur gerade jemanden, den Grund zu geben, warum die gerade so Dings. Und auf einmal wird dein Traum wahr. Dein Trikot wird in Rekordzahlen ausverkauft. Du verkaufst die meisten Trikots im F***. Einen Sündenbock suchen die, danke schön. Nein. Und als wäre das nicht genug gewesen, kam dann die Kirsche auf der Torte. Als Kind wollte ich immer Nike tragen, wie die Großen, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Ich habe mir Yoga Bonito angeguckt, wie die Brasilianer am Rumtricksen waren. Nike war in meinem Kopf drin. Ich wollte auch Nike tragen, um mich zu fühlen wie sie. So ein geiles Video, Alter. Mega geiles. Ich weiß noch, damals hat jeder zweite Rapper einen Nike-Dee bekommen, Digga. Ich kam leider zu spät, Alter, ja. Ich hätte auch einen Nike-Dee kriegen können, wenn ich so zwei Jahre früher mit Rap wäre. Bruder, damals jeder Rapper, jeder Rapper hat so, nicht Nike-Deal, aber so wurde gesponsert von Nike, weißt du? Und dann irgendwie, da gab es, glaube ich, keine Ahnung, eine Natascha oder so, die bei Nike gearbeitet hat. Die war so voll bekannt, so Nike-Marketing-Abteilung. Die ist dann da weg oder so und dann hat Nike aufgehört. Jetzt arbeitet Nike mit fast gar keinem Rapper mehr. Oder Julia, ich habe keine Ahnung. Oder irgendwie war da, weiß ich nicht, Digga. Da war irgendeine krasse Marketing-Frau. Jeder hat Nike bekommen, Bruder. Genau wo ich dann, Digga, das war so kurz davor, so wir haben, wir haben auch ein bisschen so bekommen, so über andere, weißt du? Aber das ging dann sofort weg. Danach neigen wir... ...wurde ich geweckt. Hi, Martin Dawis. Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Wir waren beim Arzt. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Ich habe einen Tritt gegen die Wade bekommen. Ja, ich konnte die letzten Tage nicht richtig laufen. Ihr müsst euch vorstellen, ich war die letzten drei Jahre gesund, hatte nichts mit einer Verletzung zu tun und auf einmal verletze ich mich. Das hat mich an die Zeit erinnert, wo ich schon mal kurz davor war, Profi zu werden. Ich habe mich leider verletzt am zweiten Tag und kann jetzt nicht richtig laufen. Fühlt sich nicht gut an. Aber ich dachte mir, nada, denk nicht so. Zwei Wochen Pause, kuriert es aus und dann geht es ganz normal weiter. Und so war es dann auch. Nach zwei Wochen stand ich wieder auf dem Platz und habe performt. Digga, und jetzt überleg mal, was muss gerade Arta Güler durchmachen? Der Typ ist 17 Jahre alt und wechselt zu Real Madrid, Junge. Wer ist Hertha BSC am Monocke? Er hat bei Fener. Hertha BSC ist sogar weit, weit, weit weg von Fener Wacke, Digga. Der hat sowieso schon bei Fener gespielt. Er wechselt. Alle reden über ihn, Bruder. Er hat bis jetzt seit einem halben Jahr nicht einmal gespielt, Digga. Nada Jindaui zum ersten Mal im Kader. Nach seiner Verletzung. Er begann auf der Bank. Jindaui machte Gleichbetrieb auf dem rechten Flügel. Dribbelstark, so wie man ihn catcht schnell. Gut im Zweikampf. Und dann bringt er auch die Flanke. Das erste Spiel nach der Verletzung war sehr gut. Dann kam das zweite Spiel. Und direkt nach ein paar Minuten, bam, Sprunggelenk. Ich hatte einen Presschlag mit dem Gegenspieler. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist kaputt gegangen. In dem Moment, wo ich da lag, habe ich an meine Familie gedacht. Habe ich an alle Menschen gedacht, die an mich glauben. Und ich habe mir gesagt, egal wie, egal wie sehr es wehtut, wenn ich irgendwie weiterspielen kann, werde ich weiterspielen. Ich bin aufgestanden, ich habe die Schmerzen gespürt. Und ich habe es nochmal probiert. Ich habe weitergespielt, ich habe den Ball bekommen, vor dem Tor und habe den Ball reingemacht. Aber ich hatte so krasse Schmerzen, ich konnte nicht mal jubeln. Nach dem Tor wusste ich, dieses Spiel werde ich nicht beenden können. Ich muss raus. Die Außenbänder sind gerissen. Das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft, weil auch die Außenbänder mit der Kapsel verwachsen sind und die Kapsel sehr, sehr viel Schmerzrezeptoren hat. Das tut wahnsinnig weh. Und Tape kann eventuell die Bänder ersetzen, aber das würde ich definitiv nicht empfehlen. Wenn man mir sagt, dass es unmöglich ist, weiterzuspielen, würde ich auch nicht weiterspielen. Aber wenn ich weiß, es gibt eine Möglichkeit, auf die Zähne zu weisen und weiterzuspielen, dann werde ich das auch tun. Weil ich habe einen Einjahresvertrag unterschrieben und ich muss jedes Spiel nutzen. Okay, einen Einjahresvertrag, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Krass. Er hat weiter trainiert, weiter gespielt. Es war eine schwere Phase. Auch zu sehen, dass er Schmerztabletten nimmt, seinen Fuß tanken muss und trotz Schmerzen trainieren geht. Meine Leistung war katastrophal. Jeder Pass, jeder Schuss, jeder Schritt hat wehgetan. Ich habe mein Spiel einfach nicht aufs Feld bekommen. Und nach einigen Wochen fing es an, langsam besser zu werden. Aber irgendwie war ich nicht mehr der Nader, der zu Hertha kam. Also habe ich angefangen, nach ihm zu suchen. Ich habe angefangen zu überlegen, was war damals anders. Was war in der Zeit, wo ich richtig gut gespielt habe, anders? Das Wichtigste für einen Fußballer sind seine Schuhe. Also habe ich meine alten Schuhe ausgepackt. Die Schuhe, mit denen ich am besten gespielt habe. Es klingt vielleicht... Boah, die Schuhe sehen nice aus. Vielleicht aber gläubig oder wie eine Ausrede, aber guckt einfach selbst. Ja, Bruder. Ist sowieso Aberglaube. Aber, Bruder, das... Aberglaube hat ja... Du kannst ja auch unterschreien unter Selbstbewusstsein. Weißt du, wenn du dich in den Schuhen einfach besser fühlst, Digga. Der Vibe ist auch unnormal wichtig, weißt du? Bei mir zum Beispiel, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, aber bei mir, ich schreibe besser Texte, wenn alles dunkel ist. Und nicht, wenn es zu hell ist. Oder ich rappe besser ins Mikrofon, wenn es dunkel ist. Es hat keinen Sinn einfach, aber ich fühle mich dann besser. Das waren bis dahin meine besten Spiele für Hertha. Wenn du was fühlst und was weißt oder du merkst es, dann ist es einfach so. Und ich wusste, das wird passieren. Es war ein ganz normaler Tag. Ich war auf dem Weg zum Training und auf einmal kriege ich einen Anruf. Mein Trainer meint zu mir, beeil dich. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ich war gut in der Zeit und habe ihn gefragt, warum soll ich mich beeilen? Da meinte er, beeil dich, weil du trainierst gleich mit den Profis. Ey Leute, ich habe gerade erfahren, dass ich bei den Profis mittrainiere. Oh mein Gott. Meine Beine zittert. Ja, bei den Profis ist ein harter Call, weil die Zweite, das sind ja auch schon Profis. Es ist wie in einem Traum. Hertha holt Instagram-Star zu den Profis. Dann war es soweit. Mein erstes Spiel bei den Profis. Im Flugzeug hat mir Prinz Geschichten über seine Zeit bei AC Milan und Barcelona erzählt. Er hat mit Spielern zusammengespielt wie Ronaldinho, Messi, Ibrahimovic. Der Flug ging zwei Stunden, aber für mich waren das wie zwei Minuten. Ich habe zugehört wie ein kleines Kind. Leute, Nade hat heute seinen ersten Einsatz. Ist das die erste? Ab Freundschaftsspiel oder was? Egal wo wir hinfahren, Nade, Nade, die Leute rasten aus. Gleich ist er ein Superstar. Und das ist ja das Problem, was er vielleicht haben kann oder was er hatte auch in der Vergangenheit. Dass die Leute ihn so als YouTuber sehen. Er hat bei Bechtasch gespielt, ja? Wann das denn, Digga? Ich bin so nicht ernst nehmen als Fußballer. Deswegen ist es so gut, dass... Hä? Wann war der bei Bechtasch, Junge? Was er so nah dran ist, diesen Schritt jetzt zu machen, um einfach auch diese Mäuler zu stopfen. Zu sagen, ey, weißt du was? Ich bin YouTube-Star. Ja, Leute lieben mich, aber ich kann auch Fußball spielen. So, das ist immer so ein Scheideweg, ne? Der ist nicht einfach. Alles klar, Nade, Glückwunsch. Nachträglich nochmal zum Profidebüt. Was sind jetzt für dich so die nächsten Steps, wenn es optimal läuft? Ja, ich bin noch nicht fertig. Es war Winter 2022, alles war perfekt. Ich habe mich zurückgekämpft und ich war bereit für die Rückrunde. Wie ich euch schon erzählt hatte, habe ich in der Zeit mit meinen alten Schuhen gespielt. Die Schuhe waren eingespielt, ich habe mich sehr wohl gefühlt, aber ich bin damit einfach viel zu oft weggerutscht. Das heißt, ich brauchte Alustollen. Hier seht ihr einmal normale Stollen und hier Alustollen. Normale sind für gutes Wetter, Alustollen sind eher, wenn es nass ist und der Platz tief ist. Da braucht man die, um nicht wegzurutschen. Das Ding war, ich war so gut eingespielt in den Schuhen. Genau in dieser Zeit bin ich auf eine Seite gestoßen, die bauen dir deine normalen Schuhe, um zu Alustollen. Also habe ich meine Schuhe hingeschickt und die kamen umgebaut zurück. Ich bin dann mit den Schuhen wieder ins Training gegangen. Ich hatte schlimme Schmerzen in der Fußsohle. Das Ding war, es gab keinen Zweikampf. Ich bin auch nicht komisch aufgekommen oder so. Der Schmerz kam plötzlich und er wurde immer schlimmer und schlimmer, bis er nicht mehr auszuhalten war. Ich konnte kaum mehr auftreten. Leute, ich bin beim Arzt, ich muss irgendwas abklären. Ich habe irgendwas auf der Fußsohle, ich muss wissen, was das ist. Im MRT-Befund, reden Sie von einer Teilnikose. Diese Nikose heißt absterben, tot. Der Arzt meinte, von einem normalen Training kann sowas nicht passieren. Es muss irgendwie ein Schlag oder ein Zweikampf gewesen sein, irgendwas Heftiges. Aber es war nichts. Ich konnte tagelang nicht schlafen. Ich meine, das konnte auch nicht einfach aus dem Nichts kommen. Ich habe nach dem Grund gesucht und mir ist nur eine Sache eingefallen. Ich habe meinen Schuh umbauen lassen. Ich musste wissen, was mit dem Schuh gemacht wurde. Ich habe in den Schuh reingeguckt und da waren Schraubenköpfe auf der Sohle. Das heißt, ich habe die ganze Zeit auf einer Schraube trainiert und habe damit meinen Fuß komplett demoliert. Da hat er natürlich einen groben Fehler gemacht. Mit der Schraube, die ihn da gegen die Sesambeine gedrückt hat. In dem Moment dachte ich mir, nada, du Vollidiot. Wie konntest du nur sowas machen? Wie konntest du... Der Gewalle, Alter. Das... Damit hätte ich auch erst niemals gedacht. Aber das ist schon sehr dumm, Bruder, als Profi, sowas zu machen, Digga. Du musst nur so einen großen Fehler in so einer wichtigen Phase machen. Ich habe mir meinen ganzen Fuß auseinandergenommen. Was laberst du, Bruder? Nur, weil ich auf diese Schuhe nicht verzichten wollte. Oh, mein Gott, Alter. In der Zeit hat Nabe aufgehört zu trainieren und zu essen. Ich muss den... Ich will jetzt wirklich keinen Fitner machen, ne? Aber ich muss halt daran denken, Digga. An dieses... Ich will nicht sagen, dass er Aberglaube gemacht hat. Aber nach dem Motto so... Nach dem Motto so... Gott hat ihn gezeigt, dieser Schuh ist Müll. Weißt du, was ich meine? Glaub nicht an sowas. Dieser Schuh ist Müll einfach so. Halber gezwingt dazu, dass er ist. Er hat extrem abgenommen. Er hat sich zurückgezogen in der Zeit. Aber ich will das jetzt nicht unterstellen, Bruder. Also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er Schirk macht oder sonstiges. Bitte, ne? Einfach nur so. Manchmal mache ich das. Manchmal mache ich das selber bei mir. Wenn ich das und das mache oder... Und ich sehe, ah, okay, ich täusche mich dann. Dann sage ich da, okay, Gott hat mir gezeigt. Das ist ein Fehler, Digga. Anubis, dieser Hunde. Und das mit An... Deswegen, Anubis gibt es nicht, Leute. Zu sehen war für mich auch so schlimm. Also ich wusste nicht, wie ich ihm helfen kann. Ich habe natürlich versucht, ihn aufzumuntern, positiv zu sein, ihm zu sagen, dass wir das schaffen. Ach, da gibt es auch kein Aufmuntern mehr und so, Digga. Das ist alles Scam, Digga. Ich zum Beispiel, ich hasse es, wenn mich jemand versucht aufzumuntern, obwohl ich... Obwohl... Alles hart statt... Hier, hier, alles schwarz auf weiß, Junge. Es geht... Junge, was munterst du mich gerade auf? Weißt du, was ich meine? Oh, nee. Oh, nee, oder? Digga. So, wenn ich mich verletzt habe, einer will mich aufmuntern. Ich sage, Junge, halt deine... Junge, ich habe mich verletzt, Digga. Was für aufmuntern, Digga? Ich bin da voll so, keiner soll mich jetzt lassen. Ich muss einfach in meinem Kopf das selber verarbeiten. Bitte, keiner soll mit mich irgendwie vollquatschen oder sonstiges. Die Situation war aber so unklar für uns, weil die Ärzte uns auch nichts Genaues sagen konnten. Es wurde mal Tage besser, dann wieder schlechter. Dann hat Nada versucht zu trainieren und meinte, nein, Luisa, ich kann doch nicht anfangen zu trainieren, weil ich Schmerzen habe. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist, weil es war eine sehr schwere Phase vor uns. In dieser Zeit war Luisa jede Sekunde für mich da. Sie hat mich unterstützt. Sie hat mich aufgebaut, jeden Tag. Und sie wusste, dass ich Angst um meinen Traum hatte. Wir wussten, dass alles am Fuß kaputt ist, aber wir wussten nicht, wie lange ich Pause machen muss. Die Ärzte haben gesagt, ich muss jetzt warten, bis das heilt. Aber eine genaue Zeit konnten sie mir nicht sagen. Erst war... Digga, was ist eine komische Dings-Jahr-Krankheit. Aus drei Wochen. Aus drei wurden sechs. Aus sechs wurden neun. Aus neun wurden zwölf. Wir reden hier von Anfang April. Die Saison läuft nur noch einen Monat und mein Vertrag läuft aus. Solange wie man immobil ist, braucht man, um wieder das aufzutrainieren. Zwölf Wochen ein Gips, brauchst du zwölf Wochen einen Reha-Plan, um zurückzukommen. Wenn ich noch einen Monat habe, aber mindestens drei Monate brauche, um wieder fit zu werden, wie soll ich in so einer kurzen Zeit wieder fit werden und Leistung bringen? Er hat gesagt, mach dir keine Gedanken jetzt. Konzentrier dich darauf, gesund zu werden. Was er dann auch gemacht hat, er hat dann angefangen zu arbeiten, er hat angefangen Fitness zu machen. Er ist fünf, sechs Kilo, ist er schwerer geworden. Ich glaube an ihn. Also er hat mir ein Gefühl gegeben, ich will das unbedingt. Er könnte sehr viel Geld verdienen mit seiner Reichweite und trotzdem ist aber sein Ziel immer noch Fußball. Das heißt also, er schiebt das gesamte große Paket zur Seite, um seinen Traum zu leben und auf eine Chance zu warten, die es vielleicht niemals geben würde. Und dafür aber das gesamte Paket zur Seite zu schieben, fand ich großartig von ihm. Und das war für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, helf ihn, ich unterstütze ihn. Also nicht viel mehr als den anderen Jugendspielern, weil jeder soll die gleiche Chance haben. Aber und da sind wir beim Thema, also warum soll er nicht auch die gleiche Chance haben? Mein Vertrag wurde verlängert. Die Vorbereitung auf die Saison lief sehr gut. Und noch besser lief der Saisonstart. Kurz darauf hat mich der Cheftrainer der Profis in die erste Mannschaft geholt. Ich habe ein paar Testspiele mitgespielt und mein erstes Profitor geschossen. Das zweite Profitor folgte ein paar Wochen später per Freistoß. Seitdem trainiere ich fest bei der ersten Mannschaft. Und dann wird nie der Junge bewertet, der jetzt im Internet ein Star ist. Sondern dann wird der Fußballer nada bewertet. Und da macht das gut gerade. Ganz einfach, ob es in zwei, dreiern ist oder auch wenn er sein erstes Spiel hier im Stadion macht mit 29. Ist völlig egal. Weil dann hat er immer noch fünf Jahre, um der Welt zu zeigen, dass er in der Bundesliga spielen kann. Ihr habt gesehen, Leute, die letzte Zeit war nicht einfach. Um ehrlich zu sein, war es nie in meinem Leben einfach. Aber ihr seht, ich stehe immer wieder auf und ich werde immer wieder aufstehen. Ich bin kein Superstar. Ich bin nicht einer dieser einen Prozent, die es schon erreicht haben und von oben reden. Nein, ich bin einer von den 99 Prozent, die jeden Tag kämpfen. Ich bin einer von euch. Ich bin einer von denen, die auch Träume haben, ihre Träume jagen. Ich bin einer von denen, denen gesagt wird, du bist zu klein, zu schwach, zu alt, nicht gut genug. Und ich werde meinen Weg weitergehen und ich werde mir von niemandem was sagen lassen. Und genau das sollt ihr auch tun. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Lasst uns unsere Träume jagen und hoffentlich auch unsere Träume erfüllen. Danke für eure Unterstützung. Ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt. Aber eine Sache weiß ich. Entweder ich mache richtig oder gar nicht. Digga, ich finde es auch respektlos, dass die schreiben Influencer Nader Jane Doe, Digga. Das ist so Fitner, Digga. Ich habe ihn gesehen. Der war im Dingskader, ne? Der war im Hertha-Kader beim letzten Hertha-Spiel. Die nennen ihn nicht mal Fußballer so respektlos. Jawallah, ich finde das auch sehr aib, Digga. Ich finde das sehr respektlos, Digga. Ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Wenn euch die Reaction gefallen hat, dann abonniert einfach MertAbiLiveKanal. Das ist der Kanal, den du gerade guckst. Denn die Statistiken sagen, dass über 73,2% meine Videos gucken, aber mich nicht abonnieren. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe das nur erfunden, weil jeder zweite YouTuber das sagt. Mich juckt es gar nicht, ob ihr mich abonniert. Ihr ver***t gerade. Guckt einfach meine Videos. Weil durch Abos kriege ich eh kein Geld. Ich kriege nur Geld durch Klicks. Deshalb guckt einfach meine Videos. Abonniert mich nicht. Salam Aleikum. Bis zum nächsten Mal.